Ihr werdet schon noch merken, dass der Wind sich gedreht hat. Jetzt ist Sturmstärke angesagt. Gegenwind. Ab jetzt herrscht Gegenwind. Streukot Entertainment, das bedeutet, dass ihr heute Gegenwind habt und zwar in Sturmstärke. Denn ich werbe euch ab, setzt zu 6. Ich flex euch Keks, ja ob ihr wollt oder nicht. Streukot Entertainment, fickt auch dich samt deiner Crew. Und wenn es sein muss, deine Family dazu. Im Nu seid ihr hingerichtet, denn ihr werdet vernichtet vom menschlichen Teilbrun. Oh ja, im Nu seid ihr erledigt, wenn der Boss von Streukot Entertainment auf der Bühne ist. Und euch in Rotomund ist, denn rodenlose Toys, eine rodenlose Frechheit, die ihr euch da traut. Auf die Bühne zu kommen ohne Eier, das ist unerlaubt. Und er hört, ja von euch Kühlerinnen, hätte ich's wissen müssen. Aber ich bin gekommen, um wissen zu müssen. Ja, zu 101% gibt es gelbes, warmes Wasser, ganz dezent. Nö, volle Kanne mit Alarm in die Fresse, kein Erbarment. Streukot Entertainment, wir haben nie Mitleid mit unseren Gegnern. Wie mit allem, was uns im Wege steht, kennen wir keine Gnade. Also bete, wenn ich am Mikro bin, dann erschlage ich dich mit dem Mic-Ständer. Oh, ja, Ende im Gelände. Jetzt kommt der Wendepunkt in deinem Leben, nämlich ich, King-Krass-One. Bettel mich und du erhältst die Macht des Teufels, so nahm, mich zu betteln? Ha, ha, ha. Wie zu wohnen, kann ich dir sagen, das klappt garantiert niemals. Es sei denn, du kennst die Formel, die mich vernichtet. Aber ansonsten richte ich dich hin, ohne mit der Wimper zu zucken. Guck nicht so dumm. Junge, ich bin nun einmal das Noncos Ultra aus der Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Zäun mir Respekt. Oder geh drauf. Ach scheiße, geh lieber drauf, anstatt mir Respekt zu zäunen. Denn Typen wie dich sind immer ungewollt. Ungewollt. Ungewollterweise bist du trotzdem da. Deshalb bin ich gekommen, um dich zu killen, also mach dich rar. Denn ich mit auch Bill, Kokain und einer Schore spritze. Was nix anderes bedeutet, wenn ich dich erwische, schlitz ich dich auf und lass dich ausbluten. Das endet wie bei Pure in this Lord, da haus. Ja, der Demo macht dir den gar aus. Ha, ha. Komm mal raus aus dein Versteck, du Kekten. Verrecken musst du so oder so. Ob du dich so freiwillig stellst oder ich dich suchen muss. Am Ende heißt es, endgültig Schluss mit Lustig. Ja, ich schubst dich. Vor dir ist 50, ausnahmsweise mal pünktlich kam. Dich überreute und ich deine Seele mit nahm. Runter zum Pflegefeuer, wo sie jetzt auf ewig Zeit brennt. Joa, ganz dezent verarspelt. Na und du heute der Hund, ich treibst trotzdem bunt wie dir und deine anderen. Joa, ganz dezent verarschend auf. Joa, ganz dezent verarschend auf. Joa, ganz dezent verarschend auf.